Ich bin, ich bin zwar, ja, das hat sich dann gedacht, ich bin zwar für PC und Xbox kompatibel, aber irgendwie doch nur für Xbox. You mad? Und, ja, keine Ahnung, das hat dann nicht wirklich funktioniert. Und ich kann es auch nicht, ich kann es nicht mehr zurückgeben. Aber deshalb bin ich jetzt umso froher, dass, die haben es angerufen, dass mein jetziges Mikro sich gedacht hat, ach, weiß er was, der hat jetzt einen Frust, der, der, machen wir ihm doch mal eine Freude und tun das Mikrofon ein bisschen lauter. Jetzt muss es nur noch so bleiben, dann ist es noch besser. Ähm, ja, weil von der Qualität her ist ja das Mikrofon nicht wirklich schlecht. Es ist eigentlich verdammt gut. Also jetzt ist das Neue. Für ein Head-Zip-Mikrofon. Für ein Head-Zip-Mikrofon ist es wirklich gut. Ein Stamm-Mikrofon ist ein anderes Kapitel, weil man kann nicht Head-Zip-Mikrofon mit Stamm-Mikrofon vergleichen. Weil Head-Zip-Mikrofon, das ist ein kleiner Draht, was da das Ganze überträgt. Äh, YOLO? YOLO? What the fuck? Ich hatte gerade so Verbindungsprobleme und so. Ja, ähm, ja eben, das ist hier nur so ein kleiner Draht, was ich, und das Head-Zip muss ich auch noch um Sound kümmern. Und jetzt in meinem Fall habe ich hier so ein extra Teil auf meinem Tisch liegen, ähm, wo ich dann halt alles einstellen kann auf, äh, ich kann wirklich alles einstellen. Ich habe ein 5.1, ähm, Head-Zip von, äh, Cooler Master. Mit echten 5 Lautsprechern drin und, äh, einem Sub-Mover, der auch richtig geil tönt, wenn ich den aufdrehe. Ähm, ich kann alles einzeln ansteuern. Ich kann Rear, kann ich lauter machen, den Front, Lautsprecher, Bass, alles extra. Und, es ist halt wirklich cool. Eine Funktion, was nicht alle Head-Zip haben. Und eben, dass für mich jetzt als Let's-Player ein schöner Bonus, dass das Mikrofon eine anständige Quali hat. Ach so, da hinten, ja. Ja, das ist natürlich schon etwas Gutes, wenn man, äh, gute Quali hat. Und deshalb werde ich mir auch das, äh, ein Mikrofon besorgen, das sich Rode 1NA nennt, wenn ich mich nicht täusche. Sagt doch einfach, es ist das Gleiche, was Gronkh benutzt. Ja, was Gronkh benutzt, oder die meisten YouTuber, also ich glaube, sau viele Leute, sau viele YouTuber nehmen, äh, das Head-Z, das Mikrofon. Weil es halt gute Quali hat. Ja, Quali-Tation, also von der Quali her, ist halt ein Stand-Mikrofon nicht zu toppen. Kein Head-Zip-Mikrofon ist besser als ein Stand-Mikrofon. Aber eben, wie gesagt, das kann man nicht vergleichen. Nein, natürlich. Weil es ist, wie wenn man, es ist wie wenn man einen VW Golf GTI mit einem Porsche 911er vergleichen würde. Hm, ja. Ja, ein Golf GTI geht zwar gut ab, aber ein Porsche 911er geht halt immer noch geiler. Das ist ungefähr das Gleiche. Und, ja, also ich finde jetzt mein Mikrofon ist für ein Head-Zip-Mikrofon verdammt geil. Vor allem, es hat zwar eine ganze Stange Geld gekostet, für das kann man dann doch gute Qualität erwarten. Aber es ist nicht selbstverständlich. Ich meine, zum Beispiel von Logitech, das G35 Head-Zip-Mikrofon hat zwar verdammt geilen Sound, aber das Mikrofon ist für den Arsch. Das Mikrofon ist richtig für den Arsch. Logitech ist doch eine Schweizer Firma, oder? You got fisted by my Kühlerhaube. Ähm, keine Ahnung. Logitech ist ja eine Schweizer Firma. Möglich. Aber, ja, aber warte. Logitech ist eine Schweizer Firma von Schweizer hergestellt, wahrscheinlich, weil es eine Schweizer Firma ist, jedenfalls. Und ich wurde aus der Mission entfernt, okay? Ähm. Well done. Und ich hätte schring wie wenn... Ach ja, die Produkte wurden... Wir hätten aber in China zusammengestellt. Also frage ich mich... Madness! Frage ich mich, äh... Ja, gut, also... Bringt das eigentlich wenig, dass es eine Schweizer Firma ist. Nur aus der Schweizer Verkaufung. So, hier werden wir gerade festgenommen. Ähm. Ja. Und warum wurde ich aus der Gruppe entfernt? Ich bin doch... Ich war doch nie im Leben so schlecht. Ja, okay. Einer hat vier Kills, der einer... Mr. Sway sogar hat zwei und der einer hat einen und ich hab gar keinen, aber... Ja, wenn wir da... Ja. Passt schon. Es gäbe noch ein paar Spacken, die man auch noch entfernen könnte. Ne. Ähm. Eben, also Mikrofon technisch kann man ein Headset wirklich nicht mit einem Stammmikrofon vergleichen. Nein, überhaupt nicht. Weil das zwei unterschiedliche Kaliber sind. Weil das eine ja wirklich nur auf Ausgabe ist und das Headset halt. Weil eben, ja, ein... Ein, äh, Stammmikrofon muss sich nur um die, äh... Sprache. Sprachaufzeichnung kümmern. Mehr nicht. Was, was gerade für ein Typ hinter dir steht im Battlefield, das interessiert das Stammmikrofon so ein Scheißdreck. Aber halt ein Headset muss halt alles wiedergeben können. Ja, aber ein Headset ist eigentlich auch eher gedacht, dass du mit deinem Kumpel sprechen kannst, so wie wir gerade. Und weniger für Aufnahmen, sagen wir mal. Ja. Ja, für Auszeichen. Ja, wenn ich dann mir ein Stammmikrofon zulege, äh, wenn, was ich, ähm, was ich früher oder später mal tun werde, ähm, werde ich mein Headset einfach weiterhin brauchen, um mit meinen Kumpels im TS zu labern. Und das halt, das, das Stammmikrofon einfach für, für Aufnahme und so. Weil, keiner, keiner quatscht mit seinem Stammmikrofon, mit seinen Kumpeln über Skype oder S. Nee, der kannst du meistens ja gar nicht über den Bildschirm sehen, wenn das so riesig ist und so. Mhm. Also, das war ja Schwachsinn. What the fuck, zieh die Karre an. What the fuck, wie krank ist denn die Karre? Müssen wir mal kurz gucken wegen meiner Waffen, wenn ich ja schon aus der Mission gekriegt habe. What the fuck, ja, da fliegt die Karre. Hm. Gibt es eine neue Waffe, oder? Genau, äh, ja, mal, ich denke, Thema, Thema, Mikrofon ist abgehackt. Langsam, aber sicher, ja. Ehm, er wird sich, das Mikrofon, was wir gerade von geredet haben, das von, Gott, ja, das von Gronkh, ähm, wird er sich wahrscheinlich dann bald mal gönnen. Ja. Wann würdest du dir das eigentlich mal kaufen? Ähm, keine Ahnung, muss ich mal gucken, wenn ich Zeit habe und Geld. Ja, Geld habe ich schon, aber Zeit nicht. Bitch found. Weil ich müsste in die nächste Stamm. Oh, sorry, sorry. Bitch found. Aber, ja, sollte eigentlich schon passen. Also, ihr könnt doch bestimmt auf gute Aufnahmen noch fallen, also auf gute Stimmenaufnahmen. Äh. Ja. This is madness! Fuck. Ähm. Komm schon, spawn! Haben wir gewonnen oder verloren? Ja, verloren. Okay. Genau. Also, ich werde mir das Mikrofon wahrscheinlich auch früher oder später mal gönnen, wenn ich irgendwie genügend Kohle zusammen habe, weil ich habe zwar genügend Kohle, aber ist halt wegen Fahrprüfung und so noch ein bisschen sparen. Ich bin zwar erst 16 und werde im März 17, aber man kann nie früh genug anfangen zu sparen. Ja, ich muss auch unbedingt noch die Fahrprüfung üben. Hui. Mhm. Ja, vor allem in der heutigen Zeit, wo die Fahrprüfung halt so übelst teuer ist. Ähm. Und ich meine, ich will, ich bin kompletter Autofreak. Ich will nicht einfach Autoprüfung im Sack haben und denken, hm, ja, ich könnte Auto fahren, wenn ich eins hätte. Ja, das war scheiße. Weil, ähm, ich spare jetzt wirklich für eine Prüfung und für ein Auto. Ein Auto, was fährt, nicht irgendeinen Rostklumpen, der nur noch durch Scheiße zusammengehalten wird, sondern wirklich ein Auto. Ähm. Und da muss man halt schon in der Schweiz 5000 für ein anständiges Exemplar hinlegen. Ja, ein bisschen. Achso, ungefähr schon, ja. Ja, klar, es gibt auch Modelle für weniger, aber ich will ein Auto, kein Smart. Aber Smart sind auch teuer, ja. Also, ich glaube, es gibt andere, die teurer sind als ein normaler. Smart ist so viel. Ich weiß, äh, eine Tochterfirma, glaube ich, von Mercedes. Und Mercedes sind immer teuer. Ja, in der Schweiz ist sowieso alles teuer. Ja, in der Schweiz ist sowieso alles teuer, deshalb... Deshalb gehen wir auch in Deutschland einkaufen und... Ne, ich nicht. Ja, gut, du musst eh nur einmal niesen und du bist in Deutschland, von dem her... Ja, okay, stimmt, auch wieder. Ich muss irgendwie 20 Minuten durch die Gegend fahren. Was auch nicht allzu lange ist, aber trotzdem. Bist du in der Mitte von der Schweiz oder hier rechts oder links oder dort? Ne, 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 rechts. Rechts? Eigentlich... Warst du in Österreich oder wie? Hast du, hast du die Schweizer Karte gedanklich vor dir? Ja. Ja. Du siehst ja den Kanton Thurgau. Weißt du, wo Frauenfeld liegt? Äh, ja ungefähr, ja. Dort wohne ich. Also, Nachbarsdorf von Frauenfeld. Ach so, okay. Jetzt gehen alle nach Frauenfeld und suchen alle Nachbarsdörfer ab nach mir. Alle... überall wird eingebrochen. Es kommt in den Nachrichten. Mr. Swisssocker wird auf der ganzen Welt gesucht. Also ursprünglich in der Schweiz natürlich. Der ganzen Welt. Um Frauenfeld herum. Ne, ähm, dort wohne ich halt. In der Nähe. Okay. Und ja. Vor allem für uns, wir wohnen halt so, ja, auf dem Ländle. So einem kleinen Dorf. Wir haben zwar alles Lebensnotwendige hier. Wir haben eine Poststelle, wir haben Bankautomaten, wir haben einen kleinen Dorfladen, wir haben so, ähm, so einen Bau- und Hobbymarkt, sag ich jetzt mal auch noch. So OBI oder wie? Ja, sowas in der Art. Ähm, haben wir auch noch bei uns. Wir haben sogar eine Autowerkstatt. Wir haben eine Schule. Wir haben eigentlich alles, was man zum Legen braucht. Aber halt alles bisschen, bisschen kleiner. Ja. Ja, also du wohnst in einem Dorf, so gesehen. Ja, eben. Ja, wir wohnen auch in einem Dorf. Also, es ist eine halbe Stadt schon fast. Also, ich glaube, wie über 20.000 Einwohner dieses Dorf kennen. So ein bisschen. Wir kommen, glaube ich, auf 1.000 oder 2.000. Ja, wir sind fast eine Stadt. Und es ist fast eine Stadt. Ja, ab 20.000 zählt ja eine Ortschaft als Stadt. Ja, okay, dann sind wir eine halbe Stadt schon. Also, oder eine ganze oder was auch immer. Aber, ähm, ja. Es ist nicht mal von uns weit entfernt, es ist eine ganze Stadt. Das ist Madness. Also nicht mal weit entfernt, es ist eine Stadt. Und da gibt es eben ein Musikgeschäft, das ich gesehen habe. Und da werde ich mir eben das Mikrofon besorgen. Ja, ich muss mal gucken. So ein Kumpel von mir, der arbeitet auch in so einem Fachgeschäft. Musikgeschäft. Ich weiß nur nicht, ob die auch Audio-Geräte verkaufen oder nur TVs und Anlagen. Wenn du wirklich wegen diesem Mikrofon suchst, dann würde ich mal in Musikgeschäften nachsehen. Weil die verkaufen dann. Klar muss ich dafür in Musikgeschäften nicht. Ja, ich weiß echt nicht. Ich habe am Anfang auch gedacht, vielleicht Enter-Discount oder so, aber... Ja, nee. Da lag ich wohl ein bisschen falsch. Enter-Discount und, äh, und so Zeugsens. Äh, falls ihr Enter-Discount nicht kennt, nicht schämen. Das ist, glaube ich, nur in der Schweiz so. Ähm, man kann es vergleichen... Keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall... Einfach ein Elektrikgeschäft. Ein pures Elektrikgeschäft. Ja, die haben so... Alter ist der goldene Noob. Ähm, die haben ziemlich alles, was das Gamer-Herz begehrt. Ja. Nur halt alles so 0815 war. Ja, vor allem die PCs. Ja, das geht. Die PCs sind eigentlich ganz ordentlich. Ja, wenn du das sagst. Also, ein... HP Dingens da mit nem... 60... 780... Ne... 760er TI. I7. 16 GB RAM. 128 GB SSD. SSD ist schon ordentlich. Ich bin gleich tot. Hallo, Ablegestelle. Oh, da kann man gar nicht reinfahren. Ja. Aber die haben halt alles nur so... Nur nach 15 war. Oh shit, der trifft mich hier noch. Jetzt habe ich dich getroffen, das war's. Yes. Ähm... Kennst du das Gefühl, wenn die Schüsse so komisch fliegen und dann genau dich treffen anstatt den anderen? Ne, die haben halt eben nur so 0815 war und ähm... Was nicht wirklich duft ist. Wenn man halt wirklich... Die Creme de la Creme von den ganzen Zeugs haben will, dann muss man halt... Du bist auch tot. In ein Fachgeschäft gehen. Ja. Ja, natürlich. Das ist einfach so, soll ich sagen. Ja, da gibt es halt... Also, was ich von Endediscount wirklich kaufen würde, sind halt Spiele, PC-Spiele, Playstation-Spiele, Xbox-Spiele, was alles. WTF? Schwing deinen knackigen Hintern hierher! Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Aber ich glaube, du bist down, oder? Nein, aber ich bin... Nope. Aber du... Aber du... Oh man... Ja genau, ich treffe auch gerne durch Müll-Container durch, noch Leute. Wo spawnst du? Bei dir. Ja, für Spiele und so sind sie wirklich gut. Auch die letzte Beratung, die ich letztens hatte in Frauenfeld, war wirklich gut. Ähm... Der hat mich wirklich... Seriös... Ähm... Granate... Ähm... Bedient. Oh, noch eine Granate, die wird mich killen. Die wird mich killen. Ah, nein. Hallo? WTF? Ähm... Ich hab halt einfach den Vorteil, ich mach meine Ausbildung selbst in dieser Branche, was... Also Mikrofon sozusagen aus... Ja, ein ABQ-Hu-Hu. Äh, von dem her kenn ich mich selbst ein bisschen aus, aber... Ja. Was ich halt jetzt gekauft hab, da ist mein... mein Tablet, mein... Äh... Surface RT. Was ich... Nebenbei... Wirklich empfehlen kann. Das ist hammerscharf, das Ding. Ähm... Ähm... Das... Ähm... Ähm... Wenn wir beide mit der gleichen Waffe auf einen ziehen, ist das ein biiisschen unfair. Aber nur schwach. Hm. Wir haben nicht die gleiche Waffe. Doch natürlich, ich hab's einfach in Weiss. Was laberst du? Wir haben die gleiche Waffe. Ein Scheiss-Dreck! Dann hat er oben noch so ein Visier und so Zeugs drauf, meine... Der meint's ganz halt. Ja. Ähm... Hm. Gut. Das ist doch etwas verwirrt. Ähm... Fertig, Schleichwerbung, was wollten wir noch ansprechen? Äh... Hab ich... Hab ich kurz Zeit, um meine Notizen-App zu öffnen, meinst du? Ja, sicher. Äh, wir brauchen eine Karre. Du hast immer Zeit. Ähm... Fahr du! Ah, da vorne ist ein Ding. Aber da kommen sie schon, da vorne. Hier ist ein Auto. Aber auch wurscht. Ja, ich treffe ihn sogar von hier. What's up? Uh, und die Granate mich auch. Ui! Ja, das war klar. Jaaaaaa... Boom! Hast du ihn? Ja, er konnte mit seiner Erbsenpistole gegen meine Blech... Büchse nicht viel ausrichten. Naja, wenn schon, denn schon. Ähm... Meinst du, wir gewinnen das noch? Ich glaube, eher nicht. Ich glaube, wir failen. Ah, wir müssen nur gegen einen Zielbringern kämpfen. Boah, wir stellen uns so dumm an, oder wie haben wir's? Ach lol, der andere ist weg! Go, go, Power Rangers! Ja, dann stellen wir uns nur dumm an. Ja, stellen wir uns. Ja, vor allem, wenn er nur in der Gegend rumsteht, wa? Wie ist dran? Aber ich glaube, er wird uns... Also, wir werden noch verlieren, von der Zeit her, ne? Komm, du Penner! Spawn endlich! Wir müssen dich noch zweimal killen! Wo ist Spawn da? Wo ist Spawn da? Hm... Ja, du kannst mich umfahren, aber... 165 Meter. Wo? Da. Ich f... Ah, da! Ja! Los, gib Gas! Wir haben noch 20 Sekunden, go! Das schaffe ich nie mehr im Leben. Doch, doch! Passt noch! Ab, jetzt müssen wir nur nochmals fahren. Äh, Spawn schneller! Spawn schneller! Das ist so... Alter, das ist so erbärmlich war. Der ist jetzt sicher 135 Meter entfernt. Spawn da ist noch so weit weg. Ja, das kannst du vergessen. Ja. Ja. So werden Autos hergestellt. Genau. Hm. Das war jetzt ein bisschen erbärmlich, weil ich hab nicht gescheckt, dass der, äh, dass der, äh, goldene halt weg ist. Ja, aber das kann ja nicht jeder, äh, wie sagt man so schön... Sehen. Eigentlich schon, aber... Ja. Egal. Naja, ich wollte ja in meiner Notiz-App. Genau, jetzt hast du eine Zeit. What! The fuck! Steht sowas Schlimmes drin, oder wie? Äh, siehst du den Typen nicht, der da, äh, halb in deinem Autoren steht? Nein, und du? Ja! Alter, sieht das krank aus! Ja, bei mir sind wir nicht. What! The fuck! Hahaha! Ich muss doch mal bei deinen Aufnahmen schauen. Epic Fail! So, erstmal noch, äh, Tablet entsperren. Ich hab mir das alles auf dem Dingens hier gemacht. Ja, auf dem Halt hergerät. Also, Mikrofon hatten wir. Farmen hatten wir. Speicherplatz hatten wir. Hatten wir Spei... Speicherplatz hatten wir? Ne, ne? Ähm, ja, kurz angetönt. Er hat übrigens eine 4TB Festplatte gekauft. Vom Ender Discount, natürlich. Genau, Schleichwerbung machen wir auch noch. Ist ja schön. Wir sollten echt Geld verlangen. Ja, komm, wir gehen morgen zusammen. Ne, ne, das ist gar nicht. Wo ist unser Geld? Mhm. Ne, ähm, ja jetzt, weil er hatte ja immer so Probleme mit Aufnahmespeicher und so. Genau. Ähm, du könntest übrigens K drücken. Ach so. Und jetzt nicht mehr. Jetzt hat er 4TB. Da wird er eine Weile aufnehmen können. Ein bisschen. So. Mein Vater hat schon gesagt, ja, das bekommst du nie im Leben.